Freunde der gekühlten Solarzelle, heute will ich mal meine Solarzellenkühlung bauen. Dazu habe ich hier so ein paar Sachen aufgereiht. Wasser, Schleifmittel und diesen Kabelkanal. Den habe ich schon markiert, wo ich den kürzen muss. Das ist ein Kabelkanal, glaube ich. Ich habe es im Garten gefunden. Vielleicht auch eine Zierleiste, auf jeden Fall ist die hohe. Da wird das Wasser reingebracht und dann wird das so an die Solarzelle gebracht. Und hier werde ich ein paar Löcher reinmachen. Dann kommt der Schlauch da rein, hier von der Seite so. Und hier hinten werde ich es zukleben mit der Klebepistole. Das wird dann so ein Widerstand, so ein Propfen, dass das Wasser da nicht rausfließt. Und dann sollte es theoretisch aus diesen Löchern hier raussprudeln. So, jetzt habe ich das Ding mal mit diesem Schleifpad sauber gemacht. Und überall so ein paar Löcher. Der Abstand ist jetzt ziemlich willkürlich gewählt, aber ist ja auch egal. Das Wasser sucht sich seinen Weg. Jetzt der nächste Schritt mit der Heißklebepistole hier ein Loch rein, also dieses Loch zuzukleben. Ich hoffe, das gelingt mir ganz gut. Und dann halt diesen Schlauch hier da festzukleben. Das wäre jetzt der nächste Schritt, das mache ich jetzt. Ja, hier bin ich auch soweit. Ich habe das jetzt alles schön festgeklebt. Und die Fläche hier, wo es festgeklebt wird auf der Paneele, die habe ich schön angeschliffen. Warum schleift man? Das ist eine gute Frage. Die kann ich als Lackierer gut beantworten, weil ich das mal gelernt habe. Man schleift also, um die Oberfläche zu erhöhen. Also dadurch, dass da Schleifriefen sind, ist ja die Oberfläche viel größer sozusagen. Und daher haften halt Farben und Klebstoffe halt besser, wenn es angeschliffen wurde. Ja, und jetzt werde ich die an die Solarpaneele kleben. Ich habe jetzt hier halt diesen Stopfen. Somit ist dieser Kabelkanal nur durch die Löcher geöffnet. Und ich hoffe, dass wenn dann hier das Wasser reinfließt, dass der dann vollläuft. Und dann nach und nach aus den Löchern das Wasser über die Paneele läuft. So ist also der Plan. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber werden wir ja dann gleich sehen. So, ist jetzt leider ein bisschen später geworden. Es hat alles nicht so wunderbar geklappt, wie ich mir es dachte. Es hat hier leider, ich habe hier jetzt so ein Brett zwischengeklemmt, weil irgendwie ist mir alles dahinter rüber gelaufen. Dann hatte ich hier eigentlich so eine Folie, dass mir die Hütte nicht von unten so nass regnet. Die habe ich so als Ablaufkanal. Der ist jetzt aber überflüssig zum Glück, weil es jetzt doch ganz gut funktioniert. Durch das Brett halt, ne. Dann tropft das Wasser da in die Regenrinne. Von der Regenrinne wieder zurück in die Regentonne. Und da ist jetzt eine 12-Volt-Pumpe verbaut, weil die 5-Volt-Pumpe hat es leider nicht geschafft. Die Steigleitung hier bis nach oben in den Kabelkanal. Ja, und ich glaube, da könnte ich gegebenenfalls auch noch mal mehr Löcher bohren. Aber das muss ich sehen, wenn dann die Sonne wieder da ist. Leider ist es heute ein bisschen spät geworden. Aber ja, ich würde sagen, zumindest hat es funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, bei starker Sonne wird halt das Dach dadurch gekühlt und die Solarzelle auch. So, 4,61 sind jetzt auf dem Ampermeter zu messen. Hier kommt jetzt das Kabel von der Pumpe rein. Ich habe es dann über eine ganz normale Leitung von den Laderegler hier angeklemmt. Plus und Minus. Plus ist braun, Minus ist blau. Moment, ich mache mal aus hier. Jetzt ist der Spannungswandler aus. Und jetzt kann ich hier ganz bequem die Pumpe einstellen. So, und dann fängt sie auch gleich an zu pumpen. Hier sieht man, das Wasser geht nach oben. Und 4,65 ist jetzt. Also durch die Kühlung wird es prompt ein bisschen mehr. So, und hier ist jetzt die Konstruktion. Die Pumpe kommt es nach oben. Dann rinnt es in die Dachrinne. Ein bisschen geht dabei vorbei. Na ja, mit Rund muss man rechnen. Und da oben sieht man halt, wie es sich gekühlt wird. Leider sind die ersten Löcher wohl irgendwie nicht richtig gebohrt. Deswegen ist hier vorne jetzt noch nicht. Aber das optimiere ich dann gleich. Ansonsten hinten und so läuft es schon ganz gut. Ja, und dadurch wird es halt auch insgesamt ein bisschen kühler hier in der Hütte. Also hier, wo das Wasser langläuft, ist jetzt definitiv kühler als da, wo es nicht langläuft. Hier ist es halt richtig heiß. Und hier ist es, ich muss mal das Thermometer holen, dann zeige ich euch das nochmal. Ja, ist jetzt ein bisschen laut, weil die Pumpe ja hier brummt. Aber man kann deutlich sehen, es wird auf jeden Fall mehr durch die Kühlung. Ja, was ich jetzt, ob ich da jetzt gewinne oder verliere, das habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet. Die Pumpe hat 19 Watt. Das ist nicht so viel. Aber wie gesagt, der Kühlungseffekt ist ja auch so ganz gut. Also nicht nur für die Stromausbeute, sondern auch für halt, dass es hier drin nicht so warm wird. Ja, der Elvis dreht sich heute auch, weil zwischendurch ist immer wieder mal ein bisschen Wind. Das ist eigentlich auch ganz gut, funktioniert alles. Oh, er dreht sich. Das war es auch schon wieder. Ja, draußen ist ziemlich windig heute. Plus Sonne. Ja, es kommt ein bisschen was rum. Tatsächlich, also das wird echt immer mehr. Ich habe jetzt die Pumpe auch ein bisschen anders hingehangen. Jetzt ist die nicht mehr ganz so laut. Jetzt sind wir schon bei 5,10 Ampere. Und die Batteriespannung ist schon auf 13,7. Also, ja, ich wollte jetzt halt noch so eine Zeitschaltuhr dazwischen bauen, wie ich hier schon fürs Licht habe. Also das Licht geht immer automatisch um 22 Uhr an und um 5.30 Uhr aus. Und ja, das wollte ich jetzt so machen, dass ich eine zweite Zeitschaltuhr hier irgendwo hinbaue für die Kühlung. Dass halt die Kühlung um 12 Uhr mittags oder so angeht. Dann bis 16, 17 Uhr oder so läuft. Und dann sich wieder automatisch abstellt. Ja, die Pumpe, die ist jetzt ein bisschen lauter, weil ich habe einen Filter davor gehauen. Damit ich mir nicht die... Oh! Hey, hier tut sich was. Wie sieht es denn aus? Ja, da kommt ein bisschen was. Wollen wir mal gucken, was von dem anderen kommt. Kommt auch ein bisschen was. Faktisch jetzt nur, ja, das war Plus sogar. Also 0,06 kam von dem Istabris und 0,4 kam von dem anderen. Also es war mal wieder ein kleines Lüftchen da, aber es ist kein Vergleich zu den 5,14 Ampere mittlerweile von der Solaranlage. Weil die Kühlung und der Effekt der Kühlung ist halt wirklich sehr cool. So, jetzt hört man auch gleich, hört sich das Ding anders an. Und ja, da kommt ab und zu mal so ein kleiner, schwarzer Ploppen durch. Ja, das ist doch beruhigend, also ich glaube, ich muss mal auf die Toilette jetzt hier. Ja, permanent gekühlte Solarzelle. Wir können ja noch mal schauen, wie es hier mit der Temperatur aussieht. Eben waren es 38. Ja, 3 Grad weniger. Na ja, gut 3 Grad. Aber hier weiterhin 50 Grad, da wo es nicht gekühlt wird. Und auch vom Styropor nicht abgeschirmt ist. Aber doch, es wird kühler auf jeden Fall. Wäre ja komisch, wenn nicht. Zumal die Solarzelle bringt ja auch mehr jetzt. Also das ist halt ein PWM-Laderegler, auch wenn MPPT draufsteht. Die Chinesen, habe ich glaube ich schon mal erklärt, die Chinesen schreiben einfach das drauf, was besser verkauft wird. Dieser Laderegler funktioniert mit PWM-Technologie. Deswegen habe ich auch diesen Wert. Sonst hätte ich ja wahrscheinlich noch mehr Ampere-Leistung hier draufstehen. Aber das kann ich so nicht wissen. Ich bin ja wie gesagt auch noch Anfänger. Ich tüftel halt gerne. Und die MPPTs habe ich jetzt selber noch nicht in Action sehen können. Weil mir 80 Euro für einen Laderegler halt doch irgendwie noch ein bisschen zu viel ist. Auf meinem Niveau, da reicht der ja hier für 10 Euro oder was ich bezahlt habe. Das ist, naja, noch erschwinglich. Das ist jetzt auch nochmal interessant. 31,3 hat das Kühlwasser. Ja, natürlich war das niedriger vorher. Wahrscheinlich werde ich das mal besser verschatten hier, diese Regenkonne. Dass schon mal da nicht so viel Sonnenenergie aufgetankt wird dadurch. Da stimmt der Filter noch, egal auf Filter. Ja, und das Dach selber hat knapp 60 Grad und die Solarzelle 30 Grad. Das war ein bisschen daneben gehalten. Also 30 Grad. Ja, und vorher hatte sie wie gesagt 60 Grad oder irgendwas. Das ist dann natürlich schon ein enormer Unterschied. Draußen 30 Grad. 30,8. Hier drin 25,7. Klimaanlage ist eingestellt auf 20 Grad. Und echt cool. Richtig schön hier drin. Besonders hier vor. Hitze geht durch die Esse raus. Und die kalte Luft kommt hier vorne raus in den Raum. Ja, richtig geil. Ja, also ich muss sagen, das funktioniert so. So weit, so gut. Ab und zu muss ich mal die Batterie wieder ein bisschen runter. Aufladen lassen. Dann stelle ich die Klimaanlage halt einfach nur auf Ventilation. Dann ist so ohne Kompressor an. Und ja, ich habe es tatsächlich geschafft, den Raum jetzt hier auf gut 21 Grad runter zu kühlen. Und draußen, wie ihr seht, wird es immer wärmer. Jetzt sind schon 31 Grad draußen. Und hier drin sind es halt angenehme 20 Grad oder 20,7, 21 Grad fast. Raumfeuchte habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber die müsste eigentlich auch runtergehen. Weil das Ding ist halt, das hat auch so ein Kondenswasser. Das läuft hier rein. Von dem Ding, das entfeuchtet die Luft auch. Also ich habe es jetzt auf 20 Grad. Wenn ich es niedriger stelle, fängt der Inverter direkt an zu piepen. Weil es dann halt noch mehr Ampere-Leistung aus den Batterien saugt. Ich habe es auf 20 Grad. Das ist auch optimale Einstellung. Also kühler möchte man es ja auch gar nicht haben, wenn es draußen über 30 Grad sind. Und dann ist dieser Schock, den man kriegt, wenn man rausgeht, halt viel zu hart. Viel zu stark. Und ja, es ist zwar alles noch sehr improvisiert. Aber jetzt weiß ich, dass es läuft. Es würde funktionieren. Und jetzt fange ich an, das Ganze dann auch ein bisschen schön aufzubauen. Weil momentan sieht es alles noch ein bisschen sehr verbastelt aus. Ordnung muss sein. Kennt ja jeder. Aber ich bin froh, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und der Dusty, dem gefällt es auch. Der hat sich hier direkt vor die Klimaanlage gelegt. Ja, das gefällt dir, ne? Ja, man kann nur staunen, wie gut das Wetter heutzutage vor Ort gesackt wird. Also bei Wetternet habe ich gehört, es kommt heute noch von Westen her ein Sturm und so. Örtlich sogar mit Hagel und Tralala. Na, wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall, so blau sah es vorher aus. In Osten ist noch blau. Vom Westen her. Kommt dann richtig was Dunkles rüber. Also dann werde ich jetzt mal hier meine Experimente wieder abbauen. Und auch den Sonnenschirm. Den brauche ich gleich nicht mehr. Dann war es das für heute. Das ist das für heute. Bis zum nächsten Mal.